Hallo zusammen, da sind wir wieder am Ofen der ersten Flamme, auf dem Weg zu dem großen, mächtigen, gar übermächtigen, Gegner, Boss, Boss-Gegner. Okay, jetzt sind wir auf Glut? Nein, natürlich nicht. Ich möchte mitnehmen, was es geht. Ah, das ist Pale. Pale? Pale der auf jeden Fall nicht. Ist mir sicher. Noch jemand hier? Ah, Juri? Wieso bist du nicht am Feuerbahnschrein? Mh, Mädchen? Ich hätte was gebraucht von dir. Wo ist denn der eigentlich, der Typ? Wo sitzt denn der? Das fängt Lars wieder an. Seht ihr den gerade? Taucht der da aus dem Nichts hoch? Okay, das werden wir jetzt rausfinden. Alt Airschule mal Juri auf London. Trinken muss sauber gemacht, würde ich sagen. Dann kommt Pale. Jetzt hat die erste Silbe Stadt. Ja, alle beide aus London. Kommt vorhin. Kommt vorhin. Hallo. So. So. So, ich sag mal alles. So, ich sag mal alles. So, ich sag. So. So. Soll ich. Verstecken. Hinter dem Busch. Ich komm schon ruhig los. Ich geh kein zu unten. So. Kim da. Dann hier. Hier ist die Karte. Das ist mein, das größte Gegner. Das ist gar nicht. So. Und dann, vielleicht. Ja. So. Ich sag mal, was ist denn. Natürlich. So. So. Ich finde. Ich will. So. So. Oh, jetzt draufwischen! Ne, jetzt rollen wir den Weg. Dumm ist der draufwischen, Abverkehr. Oh, okay. Jetzt ist er sauber. Oh, die Krabbe kommt, die rennt. Krabbe kommt. Oh, runter. Faschar, ich hätte ihm ja nicht vernichtet können. Gut, der hat die Kershawki gewährt. In der eine Fahre. Oh, so leerbar hüt. Oh, Juri haben das Leiden. Weg, Freunde, weg! Affen Fisch! Explodiert gleich! Hallo! Ich krieg's nicht neu in die. Ich mach was tun. Wo ist die Karte? Wo ist sie? Ich kenne den Fisch. Nicht, dass die mit der Abnüttung sind, sondern mit dem Geläge. Das will ich nicht. hab ich schon vorstelle wie säuerlich der haus da war regeneriert so schlecht bei mir die kappe ist tapfer sie versucht immer aufzuschließen ja sie hat also sie gibt nicht auf der rest hat sind die gemacht war also recht entspannt er schon wohl dass das gegen dass das so ziemlich macht ihr beiden hübschen solide bleibt ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet wer wer hier auch schon eine änderung gebraucht er ist da verrückt worden so mächtig wie er war ja gefangen er war ja gefangen zwischen dem holz wo ist das leuchtfeuer wo ist denn das leuchtfeuer da ist ja känzeln ja sorry das wollte ich nicht genau wenn ich mir da wäre ein luchtfeuer gewesen um so ein ende freizuschalten irgendein von den fünf oder sechsen könnte natürlich so dass die das raus gemottet haben vor lauter modellust da bin ich bloß zu blöd und seh das nicht das ist natürlich auch so einfach das ist natürlich möglich so lege gucken mal du nimmst die südliche hälfte und ich die restliche ich kann die stunde lang zu googeln das ist irgendwie beruhig ja ich finde körper jahre da ist es doch blink the first flame blink the first flame was man nicht nehmen nix noch so jetzt kommt ein ende aber irgendeins ich weiß nicht was für ein ich glaube das einfachste ist das also das simpelste ich finde die du brennst Das war gut, oder? Sieht auch gut aus. Das war's. Fertig. Okay, dann würde ich sagen, mit diesem Wunder, wir reisen aber nicht an der... Wir haben ja noch der Erztrachengipfel. Ich mache jetzt bloß noch einen Karten. Macht's so. Bis dann!